Gute Zeiten für alle GZSZ-Fans. Die Rolle der Ayla Höfer wird neu besetzt. Ganze fünf Jahre spielt Selah Sahin die Physiotherapeutin, bis sie sang und klanglos aussteigt. Nun aber die alles entscheidende Frage, wer wird die Nachfolgerin? Hier ein paar Vorschläge. Durchaus realistisch, Pega Feridoni. Sie ist serienerfahren, steht schon bei Türkisch für Anfänger vor der Kamera. Auch wichtig, optisch erfüllt Pega alle Voraussetzungen. Die nächste potenzielle Kandidatin, Aileen Tetzel, Kinostar, aber auch schon bei Doc Meets Dorf im TV zu sehen. Die Chancen? Ebenfalls nicht schlecht, denn auch sie bringt Erfahrung mit und sieht zudem ziemlich gut aus. Die dritte im Bunde? Sibel Kekilli. Bisher leiht sie zwar nur den großen Produktionen in ihr Gesicht, aber man kann ja nie wissen. Aber die wohl wahrscheinlichste Variante, Syra Faisa. Sie sammelt bereits GZSZ-Erfahrung und wie praktisch, ihr Freund Jörn Schlöhnfugt ist ein Urgestein der Daily Soap. So Jörn, wie wärst du mit Syra als Aila Nachfolgerin? Das ist absolut vorstellbar, dass wir mal gemeinsam vor einer Kamera stehen. Also eine Liebesreunion in der Soap? Wir erinnern uns, mit Silla alias Aila ist Jörn nämlich nicht nur lange in der Soap, sondern auch privat liiert. So, so, Syra als die neue Aila? Na dann fehlt ja nur noch die passende Haarfarbe. Aber das lässt sich doch wirklich ganz schnell ändern. Selbstmord in der eigenen Wohnung. Lorenz Scott, Freundin von Mick Jagger, tötet sich und hinterlässt viele Fragen. Besonders tragisch, schon vor Lorenz Scott versuchen mehrere Ex-Partnerinnen von Mick, sich das Leben zu nehmen. Eine psychische Belastung, die der Musiker jetzt bewältigen muss, wie die Expertin weiß. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass es glaube ich sehr wichtig ist, dass man sich Beistand holt. Es gibt viele Selbsthilfegruppen. Man muss auf jeden Fall darüber sprechen, wenn nicht mit einer Selbsthilfegruppe, dann mit Freunden, mit der Familie. Wenn man nicht drüber redet, dann frisst der Schmerz sich in einen hinein und man geht vielleicht auch selber daran kaputt. Es bleibt zu hoffen, dass Mick Jagger nun die Unterstützung bekommt, die er in dieser schweren Zeit braucht. Alle wollen ihn, aber keine bekommt ihn. Ja, der Bachelor tut sich schwer mit der wahren Liebe. Aber wieso eigentlich? Denn gut aussehen tun sie doch alle. Nein, ich bin ehrlich froh, dass es nicht geklappt wird, weil das auch nicht mein Typ war. Ups, der blonde Paul also kein Rosenkavalier? Für Martha nicht, aber was ist denn mit Anja Polzer? Die war immerhin sogar ein Weilchen mit ihm zusammen. Ich habe daran damals geglaubt, dass es klappen könnte, habe mir jetzt aber auch nicht riesen Chancen auserhofft, dass da wirklich jemand sein könnte, mit dem ich dann danach eine Beziehung eingehe. Und ich glaube halt jetzt, wo viele dann doch mit einer gewissen Intention daran teilnehmen, werden die Chancen halt immer kleiner. Für die Ewigkeit war es dann aber doch nicht. Und wie steht es aktuell bei Katja und ihrem Willen, Chris? Ob's rote Rosen regnet oder die Tränen kullern, das verraten die beiden heute Abend beim großen Wiedersehen. Marshmallows schreiben Filmgeschichte. Ja, die Veronica Mars-Familie ist wieder vereint. Aber dieses Mal im Kino. Und das sieben Jahre nach Absetzung der TV-Serie. Ermöglicht haben das knapp 92.000 Fans. Genau eben diese liebevoll genannten Marshmallows. 5,7 Millionen Dollar sammeln die ein, um Kristen Bells charmante Privatdetektivin wieder zu beleben. Das einzigartige, bereits am ersten Wochenende spielt der Streifen 2 Millionen Dollar ein, obwohl er nur in wenigen ausgewählten Kinos läuft und der Film gleichzeitig auf DVD vertrieben wird. Wow, wenn das kein Liebesbeweis der Fans ist.